Musik Was sagt ihr, wer wird Weltmeister? Bruder, das ist doch ganz klar. Jetzt sagt bloß nicht die Türkei. Na klar, die Türkei. Sie sind immer eine Turniermannschaft. Vertrau mir, Bruder. Wenn du auf die setzt, du machst nichts falsch. Linus, ich hab dir das letzte Mal erzählt, wie wir alles haben. Du weißt noch, oder? Na klar, also ich muss schon sagen, da sind ein paar gute Spiele dabei, aber denkst du echt, dass ihr Brasilien oder Frankreich oder Deutschland schlagen könnt? Kein Problem. Seid ihr sicher, das kriegen wir hin. Ich denke, die Schweizer sind auch nicht zu unterschätzen. Bruder, sag das nicht. Die Schweizer sind wirklich gut. Sie haben das letzte Mal auch nicht schlecht gespielt. Deswegen sag ich doch, Ali. So ein Quatsch. Natürlich ist Deutschland Top-Favorit. Wir haben eine gute Mannschaft. Wobei, Frankreich und Brasilien ist auch schon gut. Hm, keine Ahnung. Gucken wir einfach mal die nächsten Tage, wer Weltmeister wird, oder? Genau so machen wir es. Habt ihr Lust, vielleicht eine Runde Fußball zu spielen? Sehr gute Idee. Der Ball liegt auch schon bereit. Wer ist Torhüter? Linus, übernimmst du das? Kann ich machen. Wo ist das Tor? Der Eingang vom Pool hier stellt das Tor dar. Einverstanden? Okay, sehr gut. Dann schieß doch mal. Ich halte jeden Ball. Habt ihr schon mitbekommen, wer die neuen Helden der Stadt sind? Nö. Erzähl. Wahrscheinlich mal wieder Phantom und Langfinger, oder? Nein. Dieses Mal sind es Luna, Luca, Etsy und Betsy. Ihr neues Team heißt Belle. Die haben wirklich zwei super gefährliche Schwerverbrecher gefunden. Echt? Ja, aber die haben sich jetzt auch erst mal schlafen gelegt. Das kann ich mir vorstellen. Das war wirklich ziemlich aufregend für sie. Ich muss nachher auch nochmal bei Etsy und Betsys Eltern vorbei. Die wollen noch eine Anzeige machen gegen den Mann. Ist okay, er sitzt sowieso jetzt im Gefängnis. Aber wir sind ja heute aus einem anderen Grund hier. Wir wollen ja eine Party feiern. Endlich mal wieder alle zusammen. Ja, aber Robin, da fehlt doch das Wasser im Pool. Robin, hast du das echt noch nicht gemacht? Oh Mann, das habe ich total vergessen. Ich kümmere mich gleich drum. Der Pool wird aufgefüllt. Sehr gut. Ach, ist das schön, dass alle mal wieder hier zusammen sind. Finde ich auch. Oh, da unten wird Fußball gespielt. Ich glaube, da gehe ich auch gleich mal dazu. Als erstes füllst du aber den Pool noch auf. Ja, ich schmeiße die Pumpe an. Das Wasser läuft gleich ein. Sehr gut. Mädels, fällt euch was auf? Nee, was denn? Wir tragen alle rosa. Stimmt. Das ist auch passend für so einen schönen Sommertag wie heute. Jetzt hoffen wir doch nur mal, dass gleich der Pool aufgefüllt ist. Die Pumpe läuft. Das Wasser ist gleich drin. Ihr müsst ungefähr noch 5 Minuten warten. Dann könnt ihr reinspringen. Okay, danke Robin. Oh Mann, jetzt gucke ich mir mal an, wie Stefan seinen ersten Elfmeter schießt. Und das Stadion jubelt. Hier kommt Stefan Bergmann. Ali, so eine Schusstechnik, wie ich sie drauf habe, die wirst du niemals wieder sehen. Ich schieße besser als Cristiano Ronaldo. Okay, Bruder. Das will ich sehen. Okay, der macht hier schon große Töne. Jetzt bin ich echt gespannt. Linus, bist du bereit für diesen Superschuss? Na klar. Schieß endlich. Ich warte schon. Okay, dann nehme ich mal Anlauf. Mein Schuss ist so hart, der durchschießt sogar die Wand vom Pool. Bist du bereit? Ja, schieß. Ich komme. Tor! Stefan Bergmann ist ein Fußballgenie. Linus, ist alles okay? Okay. Oh Mann, der hat mich voll am Kopf getroffen. Aber er hat echt getroffen. Mann, hat der einen strammen Schuss. Ja, das kannst du laut sagen. Der hat schon wirklich immer einen richtig harten Schuss gehabt. Jetzt bin ich dran. Komm, ich gehe mal ans Tor. Oh Mann, Linus, ist alles okay bei dir? Boah, mein Kopf brummt ganz schön. Aber ja, so weit ist alles okay. Ich dachte, du wärst schon bewusstlos. Nein, nein, so fest war es auch nicht. Achtung, Stefan schießt wieder. Robin, pass gut auf dich auf. Keine Sorge, ich kenne das schon. Dem seine Schüsse halte ich mit links. Dann wart mal ab, Freundchen. Bist du bereit? Bist du bereit? Hey, das hört sich ja an wie bei Spongebob. Los, ich schieße jetzt. Okay, dann schieße. Und Feuer! Und krätsche. Oh! Damit musst du rechnen. Der Abwehrspieler hat reagiert. Der Ball ist wieder im Besitz meiner Mannschaft. Oh, mein Fuß. Ah, ist wirklich was passiert, Papa? Ja, mein Fuß tut weh. Jungs, das kann doch nicht sein. Nicht, dass schon wieder was passiert ist. Oh Mann, das wollte ich nicht. Sorry. Oh, mein Fuß. Mann, was hast du gemacht? Ah, Moment. Ich muss mir was überlegen. Ich glaube, dafür habe ich eine gute Idee, wie ich gleich wieder hinbekomme, dass dir nicht mehr weh tut. Okay, dann lass dir was einfallen. Zum Glück habe ich dich nicht so weggegrätscht, Linus. Hättest du das gemacht, dann hätten wir echt Ärger bekommen. Komm, wir gehen uns mal was zu essen holen. Lass die drei mal das hier unten regeln. Anna, habt ihr auch noch irgendwas zu essen? Ja, es kommt gleich was. Ali hat was vorbereitet. Ach so, okay. Dann setzen wir uns ein bisschen drin aufs Sofa. Alles klar. Und, hast du dir was einfallen lassen? Ja, steh mal auf. Ich habe echt eine super Idee. Genau, stütz dich hier ab. Wir müssen es nur bis zum Pool schaffen. Okay, das dürfte ich hinkriegen. Alle Platz machen. Hier kommt ein Schwerverletzter. Was ist denn passiert? Mein Fuß ist umgeknickt. Es tut so weh. Ich glaube, ich werde nie wieder laufen können. Robin, machst du jetzt das, was ich mir gerade überlegt habe? Genau das mache ich. Das wird gleich wieder gut sein, Papa. Achtung. Was hast du vor? Du machst jetzt einen Platscher. Achtung. Das hat geklappt. Und wie geht es deinem Fuß? Schon viel besser. Das Wasser ist echt kühl. Gute Idee, Robin. Aber Robin, damit Stefan nicht der Einzige bleibt, fliegst du jetzt auch rein. Nein, nein, nein. Ja, Ali. Oh Mann, das hätte doch nicht sein müssen. Aber naja, der Pool ist eingeweiht. Die Poolparty kann starten. Sehr gut. Und ich hole das Essen. Und ich hole das Essen. Und ich hole das Essen. Und ich hole das Essen.